gut dann schauen wir mal hier ist die 81 bitte einmal den CEO neu besetzen die 81 die 61 und die die 70 erst die sie zu sehen verlassen einmal den funk rest der exekutive 1 und sind per draht erreichbar alles da nicht bedanke mich genau dort ist das ich habe jetzt markiert ist nicht genau wo ich habe keine ahnung die bilder bekommen tatsächlich wo ich den ich habe gerade wo ich die nachricht vom herrn weit ab einen moment wir haben wir einmal das ding nach vorne hier ja hier wird das jetzt gehandhabt wenn wir dann unterwegs sind da muss wenn wir da unterwegs sind ja sage ich mal vormittags oder so was an akten arbeitet dann stempel ich mich ein und arbeite an den akten und wie gesagt letztens sind schon komische fragen von weit gekommen überlasst es mir sagt ihm sagt ihm wenn er fragen hat so dass ich bei der 61 melden immer auf mich verweisen dann ist okay mach ich wird great chapter und fahren wir doch mal hin hier ist die unterhalb muss das soll wohl war der hinter uns hinter uns hinter uns du willst mich verarschen negativste wo ihr links oder links oder was hier rechts hätte man auch im zugang direkt und ihr wusste es gefällt mir nicht ja auch nicht davon gibt es den zugang nach unten ja gut das kann einfach nur so also das wurde da drin gesehen also es war einfach ein tunnel und muss ein langer tunnel sollen ich weiß nicht wie groß oder wie klein der ist keine ahnung was bringt ihr die pump kann also wenn wir da reinkommen werde ich das sicher keinen fuß reinsetzen jetzt das muss ordentlich vorbereitet ja aber dass das hier ist ein totes flussbett oder bachbett richtig und da aber es geregnet hat und unten nichts ankam ist halt auch komisch weil das eigentlich die durchläufe sind ich fühle mich gar nicht gut durchs gewächs kann das eigentlich so eine großen durchläufe nicht verstopfen morgen hast du eine kamera mit oder handykamera also habe ich habe ich muss fotos machen wir von hier bitte ein foto dass sie also das sieht sehr komisch aus naja der eingang ist halt mehr als einfach zu schützen wenn du merkst dass einer vor der tür steht dann kommst du rechts links am hang entlang und dann ist feierabend das könnte natürlich auch einfach ein tunnel sein das könnte auch sein naja dann kommt schauen wir mal was wir finden ähm was scheiße wo 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 die drecksau holen wir uns morgen du bleibst meyer wir ziehen weiter wir laufen die drecksau rechts und uns rechts und uns rechts und uns sehen ja wie laut er ist oberhalb verschwunden auf der rechten seite morgens die nach nix zu sehen dann haben wir auf jeden fall getroffen sie nach rechts rechts am besten geht es von links auf lauf lauf ich gebe euch schwerfeuer wenn nötig geht geht gemeinsam nix rum ich gehe rechts und komplett auf geht's komm 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 wie meine hat durch die linke flanke im sieg der gewisse von oben blubblubblubblub der muss weiter über den berg sein linksseitig ne ja den holen wir uns auf ich zieh weiter nach links außen ich habe recht im flanke ich sehe nix wir haben den auf jeden fall getroffen der muss verletzt sein серьез ich sehe nix Pause über ihn Das soll doch nicht wahr sein. Das muss ja irgendwo sein. Weckle auf die rechte Seite. Ich habe nichts zu sehen. Da kannst du schon die Luft auflösen. Das gefällt mir nicht. Tschüss, von unten. Von unten. Morgen. Von da. Tango voraus. Auf 12 Uhr läuft Richtung Church. Molte. Ruhbeloade. Schatze Negativ, null Sicht auf Tango Conti 51, 10, 5, 10, 31 Kein Fahrzeug vor Ort Die Beam weg im Anschlag, ne? Ja, Rüste Ich bin über euch Dann vorhast du nach hinten? Hab euch Ne, nirgendswo, das beunruhlt mich Er war hier unten Ja Er war unten, ja Könnte sein, dass Richtung Süden weg ist Es kam nur sofort her Was bin ich jetzt reingetreten? Er kann doch nicht weg sein Er kann doch nicht weg sein Er hat den vor Er kann doch nicht weg sein Er kann die 51, sie mit wieder den 8 Er hat den vor Er kann doch nicht weg sein Lass mal sagen, was du willst Aber das hier ist nicht Natürlicher Herkunft Negativ Ich hab dich schon mal nach Schließ auf, schließ auf, schließ auf Ah ja, mach du Geht nix Ne, ist zu Nächste wieder auf scharf Die auf den Rücken Jawohl Ne, das ist zu Jetzt gehen durch, komm Wer hat hier ne Wand hingemauert? Und hier soll einer der Tunnel entgegen sein Laut der 0, 9 Äh, 81 Würden wir dann auf jeden Fall Sprengstoff benötigen Mächtiges Badabum, sagst du ja? Jetzt müsste man gucken Ob von der anderen Seite offen ist Aber mich macht das gerade nervös Wo derjenige hin ist Wahrscheinlich Richtung Süden Beziehungsweise Norden in dem Fall Äh, Norden, ja Wir laufen das Flussbett ab Einer mittig, rechts, links Schleck ich übernehmen links Ich gehe mittig Lasst uns bitte den Einsatzfunk wechseln Ja, check Ja, wartet Ich halt Hat jemand der Leitstätte Bescheid gesagt? Ja, wir sind gerade erreichbar Ein Overwatch wäre nicht schlecht Äh, äh Aber das macht zuf- Nee, kutsch Das kann nicht sein, der muss so verletzt sein Der muss irgendwo liegen Ich habe zwei Fragen Soll er dauerhaft liegen bleiben Oder Befragung Befragung natürlich Ist das für eine Frage Wir brauchen ja die Infos Ich wechsel wieder auf die Bienenbeck Jawohl, Sir Ich habe zwei Fragen Ich habe zwei Fragen Wir brauchen die Infosbeutelung Also, ich habe zwei Fragen Ich habe zwei Fragen wenn dann finden wir hier unten irgendwo die frage ist in welchem zustand wenn einem die ja noch der noch was sagen kann so es lohnt jetzt mich verarschen links am hang diese absicht letztes magazin ich weg auf die linke seite die sich könnte am hang nutzen es ist sehr gut über den berg in richtung osten gelaufen anscheinend er kann aber auch wieder es wäre es da ungefähr von dass sie die ist es wird raster dass die in heli besetzen können ich prüfe gegen hatte jawohl ich weiß mich ja wie in die senke ich bin weg jawohl ich halte morgen hast du uns sie haben mich mal ja ja ich ziehe vorher ich gucke am bergang entlang der vorbilder ich habe kande ich glaube rechts kümmer hoch ich gehe über die rechte flanke ich gehe über die rechte flanke ich gehe über die rechte flanke ich gehe über die kontext ich gehe über die rechte flanke links keine defence ist er ist wieder weg hab mir Leiche gefunden na bestätige na bloß nicht berühren ja die verständigen auf jeden Fall bloß eine weitere Streife ich geh kurz einmal an den Funk liegt eine Waffe dabei? ja liegt eine die 81 schließe ich im Funkkreis wieder an ähm Leitstelle für die 81 das ist gut